Ich grüße euch aus meiner Botheke, Ulla Lama und Bergklappernstraße 566 in Köln und Weide. So ihr Lieben, jetzt haben wir für euch heute mal Kleider gekauft. Also, hier habt ihr ein super schönes Kleid. Ihr seht, vorne kleinen Schlitz mit Bindelbändchen, kein Hund-Gummi. Also wirklich ein ganz süßes Kleid, auch hier Flügelärmchen, Fahrausschnitt. Hier ist so, sieht einfach ganz, ganz süß aus. Ist auch ein sehr, sehr angenehmes Material, sehr hauptfreundlich. Und dieses Kleid kann man gut tragen, das Größe L, von S bis L, weil das eine Einheitsgröße. Und dieses Kleid kommt 9 bis 9 bis 9 bis 9. Dann haben wir auch nochmal für euch ein sehr hübsches Kleid. Unten mit Houlang, oberhalb auch nochmal, Baguetti-Träger. Und hinten auch nochmal mit Houlang. Die Arme sind ein bisschen katförmig gearbeitet. Hier seht ihr nochmal mit Bommizu. Ich zeige euch das auch mal. Also jetzt kann man auch ganz gut, bis große L kann man dieses Kleid auch ganz gut tragen. Auch alles eine ganz, ganz tolle hauptfreundliche Faserung. Und dieses Kleid kommt hier in 20,50 Euro. Dann haben wir mal ein langes Kleid. Also es ist echt super lang gearbeitet. Das kann man auch schon ein bisschen größer rein tragen. Hier vorne auch mitten wo lang. Hier hinten gerade, hinten auch nochmal. Richtig schön klassisch geschnitten. Kleiner Schlitz hier. Super Material, passt in jeden Koffer, braucht man nicht zu bügeln. Wäre auch optimal, auch als Standkleid geeignet. Ja, dieses Kleid kommt 19,50 Euro. Und wie ihr seht, man kann die Sachen gut bis kurz erheben. Dann haben wir auch noch hier ein raviniertes Kleid. Auch für 19,90 Euro. Vorne ein kleiner Schlitz beim Gehen. Es wird gebunden in die Oberhalb. Man kann sich hier ein bisschen einstellen. Hinten ist es ganz glatt geschnitten. Hört ihr schön sportlich. Passt auch gut zu Sneakers malen. Aber auf dem Strand kann man es auch sehr gut tragen. Und auch in der Freizeit, am Titi Light. Und dieses Kleid kommt auch 19,90 Euro. Hier dieses Kleid haben wir auch nochmal. In der Farbe schwarz. Für 19,90 Euro. Ja, dann haben wir noch diese gestreiften Kleider. Die Shirtkleider auch nochmal. 24,90 Euro. Die sind dann auch hier oben gebunden. Sind auch ein bisschen sportlich gearbeitet. Ich finde jetzt auch nochmal ein rosa. Fühlt auch ganz gut aus, wie ihr seht. Die schönen hellen Sneakers drauf. Die weißen, die grauen Sneakers. Sieht jetzt auch ganz toll aus. Oder ein Clip-Lock. Also die machen sich wirklich super schön. Dann haben wir nochmal diese Kleide mit so einem Knick-Knack. Ja, das wird oben am Hals gebunden. Ist auch elastisch. Fällt auch ganz gut. Die kann man auch ganz gut tragen. LXL. Kann man sich auch sehr schön tragen. Ist ein Party-Kleid. Und der Preis ist auch 19,90 Euro. Dieses gibt es auch nochmal. Weiß mit Leila. Das ist auch sehr hübsch. Hier oben besonders der Smoke. Ja, der hat einen super Sitz. Hat das auch. Im Busen sitzt das auch sehr gut. Und hat auch ein sehr schönes Kalt. Oder auch nochmal. Bartik-Blau, Jeans-Blau mit Weiß. Schwarz-Weiß sollte auch nicht fehlen in der Kollektion. Das ist dann auch nochmal da. Gut, dann haben wir auch nochmal eins hier oben gesmoked. Mit drei Knöppchen runter. Dieses Kleid kann man auch sehr gut mit dem Oberhalt getragen. Wo? Ah, da sind die Knöppchen. Hier vorne. Ja. Ja, sind die drei Knöppchen. Mit Smoke an Teil. Auch ein Rücken-Smoke. Damit es auch einen guten Halt hat. Dieses Kleid kommt 24,50. Ist kaki-farben mit Blümchen. Und wie ihr seht, fällt das so ganz gut aus. Das kann man auch mit dem XL tragen. Dann haben wir auch dieses Kleid. Ist auch ein schönes Shirt-Kleid. Das kann man auch ganz gut weit tragen. Denn das ist sehr belastig, wie ihr seht. Ja, das kann man auch gut das LXL tragen. Hier oberhalb fällt es auch nochmal, wie ihr seht. Also auch beim Gären, also sehr bequem. Das Kleid kommt 1990, das Kleid. Hat auch ein Bindebändchen. Also ist auch ein tolles Urlaubskleid. Oder auch ein Kleid. Dann machen wir auch nochmal... Ja, sind wir noch, oder? Auch nochmal dieses Kleid. Hier vorne V-Schnitt. Kleid, kleine Flügelärmchen. Das ist richtig super leicht gearbeitet. Auch wieder mit Gummizug und noch Bindebändchen. Kann man auch ganz gut tragen können. S-B-S-L. Dieses Kleid kommt auch 1990. Hat auch einen schönen Pfeil, wie ihr seht. Sieht auch ganz süß aus. Aber wenn es seid, ich schlitze nicht. Muss ich mal gucken. Nee, keine Schlitze. Ja. Wie gesagt, sieht ganz süß aus. Dieses gibt es auch nochmal in Kaki. Gibt es auch nochmal richtig. Also für 1990 habt ihr auch ein ganz süßes Kleid hier nochmal. Und dasselbe gibt es auch nochmal in schwarz. Schöne Kette drauf. Dann haben wir auch diese Kleid. Die geht von Größe S bis XXL. Das ist je Kleid einzelne Größe. Hier habe ich hier zum Beispiel eine Größe M. Kommt auch 1990. Ist auch unterlegt etwas. Auch ganz hautfreundlich. Richtig schön angenehm. Besonders im Wildkätzflug sieht auch immer ganz toll aus. Man kann sagen, es ist ein Blint, der wirklich immer bleibt. Immer und ewig bleibt. Also ich kenne in den 20 Jahren noch kein Jahr, wo man sagen kann, es war out. Also das ist wirklich immer eben. Geht ganz schön. Ja, hier haben wir auch mal was ganz originelles. Ganz süß. Und auch dieses Kleid mit dem kleinen Ärmchen. Umgezogen. Dieses Kleid kommt 24,50 und ist noch mit passender Tasche dazu. Also in der Tasche, da könnt ihr auch wirklich so viele kleine Sachen rein tun. Gibt mich in die Kamera rein, ein kleines Tänzchen. Und auch so anderweitig, dass man auch noch mal die Frau braucht. Und dann hat man nicht immer diese riesen Tasche dabei, sondern einfach mal so das kleine Taschen, pass hervorragend. Und 24,50 ist das optimal. Also sieht echt ganz, ganz süß aus. Das ist auch ein Rot. Oder auch hier ein Pink. Ist der auch noch mal da. Also auch ein super leiter Stoff. Also wirklich klasse sind die. Also 24,50 sind die Sachen. Habt ihr ein ganz, ganz tolles Kleid, wo ihr euch auch überall mit sehen lassen könnt. Mit Tasche, das macht unheimlich viel aus. Wie man sieht. Na, das geht das Ganze noch mal ein bisschen vor der Frage. Dann haben wir auch hier noch ein ganz süßes Kleid für 19,90. Hier oben ist auch etwas gesmoked. Hier haben die Seite auch die kleinen angesetzten Ärmchen. Dieses Kleid kann man auch ganz gut tragen. Ja, ich würde mal sagen, ich war es einfach mal, weil die sind heute reingekommen. Auf den Suchen muss ich mich auch mal gucken. Also ich würde auch sagen, mit 44 kann man es auf jeden Fall tragen. Ja, also es ist auch ein ganz süßes Sommerkleid. Richtig schön bunt ist das Kleid. Ja, und die Kleider sehen wir dann auch schon wieder. Ja. Ja, die können wir. Also das war sozusagen das letzte. Dann haben wir dann noch Kleider hier im Fenster. Aber das sehen wir dann wieder später. Weil durch den Sonnen einlicht. Das können wir leider nicht zeigen. Aber das sehen wir dann noch später. Gut, dann würde ich sagen, wir sind hier durch. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde jetzt das teilen, nicht das Leichen, nicht das abonnieren, nicht. Dann sage ich mal Tschaui, bis zum nächsten Mal.